Hi zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um OpenOffice Seitenumbruch. Also ich zeige euch, wie ihr einen Seitenumbruch einfach so anfügen könnt. Um das zu machen, markieren wir erstmal die Stelle, wo wir unsere Seitenumbruch haben wollen. Dann gehen wir auf Anfügen, Manuelle Umbruch und dann können wir Seitenumbruch einfach hier markieren. Und dann können wir hier unten zum Beispiel als Querformat für die zweite Seite benutzen, wenn wir fertig sind. Dann können wir auf OK drücken und sofort merken sie einfach. Wenn sie zum Beispiel, also sie haben gesehen, wir haben diese Seitenumbruch gemacht. Wenn sie zum Beispiel das nicht mehr haben wollen und rückgängig machen wollen, dann gehen sie auf Bearbeiten und dann rückgängig machen. Und sofort wird die Seite genauso wie vorher sein. Ich freue mich einfach, diese Video mit euch geteilt zu haben und freue mich, wenn sie meine Video mit Freunden so teilen können.